yo was geht ab Pyros heute gibt es die Tosh Pyro 9 Batterie gekauft bei Tosh Pyro bzw. bekommen von Tosh Pyro als Ersatzartikel bin sie mal sehr gespannt wie das Teil hier ist mit 129 Gramm NEM hat ja diesen Moskito Effekt und einen weißen Feuertopf mit Blinkern bin sehr gespannt auf das Teil ist auch gar nicht mal so klein viel Spaß jetzt beim Test der Tosh Pyro 9 Batterie los geht's Tosh Pyro 9 Batterie 2 1 noch 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 7 6 7 7 8 8 10 8 8 8 8 8 8 9 Bis zum nächsten Mal.